Ich würde ein bisschen mehr verstecken und wenn es geht, Motor aus, dass ich Geräusche höre. Kannst du nicht den BW-Lan in der Sperrzone erklären? Geht das theoretisch? Ja, ich würde das nicht so machen. Das ist irgendwie... Was machen die hier? Wenn die hier Hand ist, Hand ist die, wo da oben laufen. Wenn du mit Drängnis bist, Bescheid sagen, dann müssen sich die oberen Schützen auf dem Berg sofort mit zu dir konzentrieren. SRS ist das. Der Hand ist Hand hat sich einfach an die mir hingelegt. Ich habe auch einen gesehen. Ja, ich seck die. Ja, aber SRS macht nichts Illegales. Die wollen halt irgendwie eher so beschützen und der Polizei helfen und so weiter. Wie bitte? Genießen Sie hier auch so schön den Tag? Ja, das ist ein gemütliches Eck. Ja, ich habe mich da mal verziehen, oder? Müssen tun sie es nicht, ja. Sie können gerne hierbleiben, das ist kein Problem. Mikrofon aktiviert. Okay. Haben sie vielleicht einen Picknickkorb dabei oder sowas? Könnten wir ja einen Picknick veranstalten. Ja, sicher habe ich den. Ich habe immer einen dabei. Komm mal. Komm her. So aufdecken. So haben wir so, ne? Ich sollte euch noch was machen. Das ist ein bisschen gechillter. Ja, wenn die irgendwas machen, dann knallen wir die weg. Ja, schon klar. Aber jetzt müssten wir uns auf die konzentrieren und die wir nicht auf andere schauen. Ja, die sind beide bei mir. Ja, ich weiß schon. Ja, der Info, der Info sagt... Kommunikation bitte aufs Null beschränken. Wie bitte? Darf ich denn fragen, zu welcher Gruppierung Sie gehören? Sie wissen ja auch von unserer. Ich gehöre zu Familie Fernandes. Ich bin Ignacio Fernandes. Bist du Ignacio Fernandes? Der bin ich. Der berühmt-berüchtigte Ignacio. Genau. Oh, ich bin ein richtiger Fan von dir. Darf ich ein Autogramm? Ah, heute lieber nicht. Ich habe mir schon die Finger eingequetscht. Die sind ein bisschen gestaucht. Ich habe auch gehört, dass sie im Online-Web ja einen Internetkanal haben. Da lasse ich auch direkt mal ein Abo da. Ja, wenn sie wollen. Wieso nicht? Mach ich gerne. Also, ich bin ja ein totaler Fan von ihr. Also, ich höre immer, sie können sehr gut schießen. Ja, das muss jeder für sich bewustern, ob ich gut schießen kann. Wie ich sehe, sie spielen MK1. Das, was ich hier habe, ist ein MK18, kein MK1. Mikrofon activated. MK, warten wir mal. Ja, stimmt. Achso, ja, ich habe auch noch, also ich, sage mal so, ich spiele auf dem Computer, so ein Computerspiel, ja. Und, ähm, da gibt es halt die MK1. Das hätte ich noch zu noch nicht. Deswegen habe ich euch fast so vertauscht, ne. Sie wissen ja, wie die heutige Jugend ist. Ich meine, ich bin jetzt auch ein totaler Fanboy von ihnen, ne. Also, so muss man das wirklich sagen. Mikrofon muted. Ah. Ist ein bisschen ungewohnt, sowas zu hören. Mikrofon activated. Mikrofon activated. Echt jetzt? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Sound resumed. Da fährt ein Offroad in die Pampa. Sie gewöhnen sich nicht mehr, oder? Und dann auf die Straße. Ich habe schon gesehen. Aber die zwei quatschen dann nur mit... Ähm, hier, wie heißt das, der, der gerade am Knacken ist, der hat ja gerade die Einsatzleitung, ne? Ja. Wenn wir beschossen werden, die Knacker, sollen wir uns dann vom Knacken verziehen? Und dann erst mal die Leute töten, oder sollen einfach weitermachen? Offroad, wenn sie die Stimme hier durchbrochen haben. Das ist derselbe Offroader, der wo hoch fährt, ist ein Hügel. Sagen wir jetzt ein Beispiel, ich... So leid, dass es mir auch tut, ich muss dich jetzt verlassen, weil ich habe noch einen Arbeitsaufschlag. Jo, kein Problem. Mikrofon activated. Jo, dann tschüss. Jo, tschüss, schönen Tag, ne? Mikrofon activated. Ihnen auch.